Duet-Bauplatten von Ultramend. Das einzigartige Bauplattensystem für den kreativen Innenausbau. Egal ob beim Neubau, der Sanierung oder Renovierung, mit der Duet-Bauplatte haben Sie unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Aufgrund Ihrer wasserresistenten Beschaffenheit ist sie ideal zum Ausbau Ihres Badezimmers geeignet. Mit der Duet-Bauplatte verkleiden und dämmen Sie Ihre Wände, Decken und Böden. Verkleiden Sie Ihre Eckbadewanne im Handumdrehen mit der Duet-Flexplatte. Für Vorwandinstallationen ist die Duet-Bauplatte bestens geeignet. Die Duet-Rohrkästen lassen Abflussrohre und Leitungen mühelos verschwinden. Sogar der Bau von individuellen Badmöbeln und Waschtischen ist sehr einfach zu realisieren. Kinderleicht erzielen Sie Ergebnisse wie ein Profi. Die Duet-Bauplatte kann man ohne Grundierung direkt befliesen und verputzen. Verwandeln Sie Ihr Badezimmer in eine Wohlfühloase mit individuellem Charakter. Die Duet-Bauplatten sind flexibel und rund gestaltbar, sehr leicht, extrem belastbar, leicht zu verarbeiten, einfach zu montieren, hitzebeständig bis 75 Grad Celsius, feuchtigkeitsbeständig und schimmelresistent. Die Duet-Bauplatte eignet sich ideal zur Dämmung der letzten Geschossdecke beim Dachausbau und zur Isolierung und zum Ausbau Ihrer Kellerräume, zum baustabiler Podeste. Gestalten Sie individuelle Badmöbel oder entwerfen Sie Ihre eigenen Küchenmöbel. Selbst für Ihren Garten können Sie wunderschöne Blumenkästen und eine gemütliche Gartenliege bauen. Oder bauen Sie einfach einen Duschtempel für Ihr Traumbad. Jetzt neu, das Duet-Duschboard mit integrierter Abdichtbahn für barrierefreies Duschvergnügen gibt es mit Punkt- und Rinnenablauf und kann individuell in fast allen Größen und Formen bestellt werden. Sprechen Sie Ihren Händler auf den Duet-Duschboard-Konfigurator an oder konfigurieren Sie es selbst im Internet. Weitere Infos in unsere Broschüren oder unter www.duet.eu. Vielen Dank.